Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind wieder auf Neumini-Brunnen, unsere Alpen-Map und ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, wir wollen heute noch ein bisschen häckseln. Ich stehe hier vor dem kleinen Glas, vor dem Jaguar 840 mit den 4,30 Meter, 4,50 Meter Arbeitsbreite und zwar springen wir da gleich mal rein, denn ich hatte es ja angekündigt, wir wollen auf jeden Fall noch ein Ackergrasfeld häckseln und ich habe dieses Schneidwerk dabei, weil das soll es ja eigentlich auch tun und da lasse ich mich jetzt gleich mal überraschen, ob das so funktioniert. Ackergras hat ja den Vorteil, dass wir nicht nur Ackergras ernten würden mit einem normalen Drescher, sondern auch Heu sozusagen als Abfallprodukt, Tinten als Schwad wirft ja dann Heu aus, aber wir haben schon so viel Ackergras geerntet, dass wir jede Menge Heu haben und deswegen habe ich mir gedacht, diesmal können wir solch ein Feld häckseln und das zusätzlich in unser Fermenter-Silo packen, um dann Silage für die BGA zu haben und überhaupt auch mal umzusehen, was damit geht. Nichtsdestoweniger haben wir auch hier den kleinen Jaguar und deswegen passt es ideal. So, da oben steht auch schon unser Abfahrergespann mit dem John Deere. So, und hier links, da haben wir noch den Fendt parat, der soll hier gleich mal das Feld nebendran hier, das Feld mit den Zuckerrüben, soll er auf jeden Fall schon mal spritzen. So, hier sind wir und wir können das auch gerne austesten, einfach aus dem Grund, weil wir ja noch ein zweites Feld haben für Ackergras, also da müssen wir uns, was das angeht, heute keine Sorgen machen. Okay, das soll der erste Teil sein für dem, was wir heute machen wollen, aber eigentlich will ich auch heute noch was anderes tun, nämlich unseren Fuhrpark mal ein bisschen auflockern, beziehungsweise entschlacken oder sagen wir mal so etwas hier unser Budget für Gerätschaften entlasten. Und da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, während hier unser Fendt erst mal ganz gemütlich übers Feld fährt, der Helfer und mit Spot-Spray-Technologie das Unkraut jetzt schon mal bekämpft. Ich denke, das ist kein Problem. Eigentlich könnte man auch mit der Hake drüber, aber ne. So, jetzt beobachten wir nochmal schnell, ob er das auch schön wendet, beziehungsweise die Wände ordentlich einsetzt. Das sieht gut aus und deswegen springen wir zum Händler unseres Vertrauens. Und da habe ich schon einen kleinen Fuhrpark aufgebaut von Gerätschaften, von denen wir uns jetzt, ja, ich sage mal, verabschieden. Also, da haben wir einiges schon parat, ihr seht es. Und diese Dinge werden wir jetzt verkaufen, werden wir sozusagen dem Gebraucht-Warenmarkt, dem Gebraucht-Fahrzeug, dem Gebraucht-Gerätemarkt zu führen. Und ich werde auch gleich noch ein bisschen was erzählen, warum, wieso, weshalb und warum und warum wir die Sachen hier so verkaufen. So, also zum Beispiel zum Thema Gras. Wir werden zukünftig uns einen Big M holen. Der legt uns die Schwad. Deswegen brauchen wir auch keinen Schwader mehr. Der kommt weg. Dann werden wir zukünftig, wie ich schon gerade erwähnt habe, jede Menge Heu machen mit Ackergras, weil das ist sozusagen das Abfallprodukt. Dann brauchen wir eigentlich kein Heu mehr machen. Wir können dann Silage machen. Und wir werden auch mit dem Kleinen hier nicht mehr auf dem Feld oben fahren. Ich habe dort davor, entweder Ballen zu machen, denn ich habe da oben noch einen kleinen Krone-Wickler und noch einen Wickler speziell für den Berg, der die Ballen zur Seite legt. Oder eben mit einem kleinen Ladewagen dort zu fahren. Den Kollegen werden wir ebenfalls abstoßen. So, das Mähwerk, wie gesagt, werden wir auch nicht brauchen, wenn wir auf den Big M wechseln. Schade, schade, aber wunderschön. Aber wie gesagt, es kostet nur Geld und wir brauchen es nicht mehr. Wir werden also dieses Pöttinger ebenfalls veräußern. Den Schwader hatten wir schon. Ich habe eine neue Lösung gefunden für unsere Wolle, die wir mit diesem Anhänger transportiert haben zu unserer Textilfabrik oder zu unserer Spinnerei. So ist es, glaube ich, richtig. Das heißt, der kommt auch weg. Deswegen kommt auch hier der kleine Schäffer weg. Den brauchen wir nämlich dann auch nicht mehr. Und warum jetzt hier das Schneidwerk von New Holland ist mit dem Schneidwerkswagen, hat einfach folgenden Grund. Ich werde zukünftig in der nächsten Saison, in der nächsten Mäh-Saison bzw. Erntesaison auf die Schneidwerke von, und die müssten jetzt hier hinten mal kommen, Gresoni setzen, denn die sind Falschschneidwerke. Ihr seht es hier. Und die können wir ebenfalls auch für den New Holland einsetzen. Hat zwar jetzt nur eine 7,20 Meter Arbeitsbreite, während der Kollege, den wir jetzt hier veräußern wollen, der müsste haben 10 Meter, 8,50 Meter. Also ist gar nicht mal so viel mehr. Aber wir sparen uns auf jeden Fall die Sache mit dem Schneidwerkwagen. Und das ist mir eigentlich auch ganz recht. Genauso auch bei dem Maispflücker. Wir werden also dann zukünftig direkt mit dem Drescher ans Feld fahren, können das Schneidwerk aufklappen. Und auch wenn wir dann ein bisschen weniger Arbeitsbreite haben, tun wir uns doch leichter, weil wir eben dann nicht diese Gerätschaften haben. So, warum ich das jetzt auch heute machen will, hat auch einen speziellen besonderen Grund. Ich habe mal wieder dem Ansgar zugesehen. Und der hat in der Folge auf Pellet, der fängt da an, jetzt Strohpellets zu basteln. Und davor hat er Geräte verkauft. Und bei ihm in die Kommentare wurde reingeschrieben, etwas, wo ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich mir auch immer überlegt habe, warum, wieso, weshalb. Nämlich das Thema Lackieren soll heißen, wenn man die Geräte, da war es eben in den Kommentaren gestanden als Tipp, wenn man die Geräte verkauft, soll man sie natürlich nicht nur reparieren, sondern man soll sie auch lackieren, weil das würde auch den Verkaufswert deutlich steigern. Und das möchte ich gerne ausprobieren. Hier zum Beispiel, ach das sind ja drei Teile. Sehr schön. Also hier zum Beispiel mit dem Kuhn und wir sehen 6.935. Wenn wir den jetzt reparieren, sind es 13 Euro. Okay, 6.935 plus 13 wären dann also 48. Wir reparieren und ihr seht, es sind zwei Euro mehr. Das gleiche machen wir jetzt mit neu lackieren. Das wären 3.200 mehr. Das hieße also im Prinzip 12, 13, was haben wir gesagt? 200, also 12.000, also Quatsch, 6. Augenblick. 3.200, also 6.000, 9.000, 10.150 und es sind 10.470. Also das soll heißen, auch wenn man in den Invest geht und die Geräte hier entsprechend repariert und lackiert, haben sie dann einen Top-Zustand und ihr seht es hier, Alter, 56 Monate. Wir bekommen dann nochmal ordentlich Geld, wenn wir dann das Ding verkaufen, nämlich doch nicht viel, aber es sind ein paar Prozent. Es lohnt sich auch, es lohnt sich auch schon deshalb, weil man ja die Geräte beim Händler und nicht vom Hof verkauft. Also dass man die zum Händler bringt, lohnt sich auch. Also das heißt, wir werden jetzt hier richtig Kasse machen. Das Gerät wird verkauft und das gleiche machen wir jetzt mit dem Gerät hier auch. Das heißt, es wird repariert. Es wird lackiert. So, das gleiche machen wir mit dem da unten. Ach, da unten sehen wir ja überhaupt die Preise. Also 101.331, wenn wir reparieren, dann sind wir bei 101.650 und dann nochmal die 10.000 dazu, 600. Also dann sind wir ungefähr bei 111.000 und irgendwo 112.100, wenn ich das richtig weiß. Jo, also das heißt, das lohnt sich. Es bringt ein bisschen mehr, nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist und bei dem Material, was wir jetzt verkaufen wollen, kommt da ganz schön was weißes zusammen. Okay, 542. Wir gehen zum nächsten Kollegen. Werden natürlich dann auch immer die Gelegenheit nutzen, auch die Gerätschaften gleich zu reparieren, beziehungsweise den Traktor, den Schlepper. Okay, so, also. Habt die Post. Auch hier. Reparieren. Reparieren. Lackieren. Lackieren. Und jetzt für 15.361 verkaufen. So, 12.802. Verkaufen. Und den Kollegen, den reparieren wir. Aber wir lackieren nicht, weil das brauchen wir jetzt nicht, denn das Gerät wird noch gefahren. Okay, dann bringen wir dich mal raus. Und der müsste nach oben. Das heißt, wir werden den Helfer hier jetzt gleich mal losschicken. So, zack, zack. Und hierher. Sehr schön. Ups. Und dann hier der Nächste. Den Schwader. Und so werden wir dann langsam, aber sicher hier ein bisschen unseren Fuhrpark auflösen, damit wir natürlich A, wieder Cash haben und B, natürlich Platz haben, weil das Ganze kostet ja auch alles ein bisschen Platz. Und natürlich Unterhalt und Geld. Wir reparieren. Wir lackieren. Und wir verkaufen für 12.694. Das wird repariert. Das wird repariert. Und auch die schicken wir nach oben. Denn der Steier gehört ebenfalls hoch an die Alpen, an die Alpenwiese, beziehungsweise an die Bergwiese, an den Berghof. So, zack. Äh, stopp. So, jetzt haben wir es. Dann packen wir die hier hin. Dann sollte es hoffentlich keine Kollision geben. So, der hier geht relativ zügig. Der Böckmann. Den wir ja genutzt haben. Ich habe den deswegen jetzt abgestoßen, weil wir ja immer die Probleme hatten mit dem Entladen. Das ist blöd, weil der entlädt immer irgendwie zur Seite. Dann war da kein Platz. Da mussten wir immer rumfahren. Und ich habe jetzt eine bessere Lösung gefunden, wo wir eben direkt auf der Verkaufsplattform dann verkaufen können. So. Also, das bringt nicht allzu viel, weil wir haben den ja kaum genutzt. 10.300 verkaufen ab die Post. Und der hier wird repariert. Der Waltra. Wir werden ihn weiterhin noch ein bisschen fahren. Auch wenn er schon 47 Stunden auf der Uhr hat, hat er uns bisher sehr gute Dienste geleistet. Vor allen Dingen auch wird er uns natürlich helfen bei den Kleinarbeiten wie Düngen oder Spot Spray, Unkrautbekämpfung. Da ist dieses Fahrzeug immer noch hervorragend geeignet. Wir schicken ihn zurück zum Hof. Das ist hier. Sehr schön. Das klappt. So. Den Kollegen, den bringen wir direkt komplett weg. Und das hilft uns natürlich auch beim Durchschalten zwischen den einzelnen Fahrzeugen, weil das ist jetzt dann doch schon jede Menge, weil wir haben ja auch einige Gabelstapler, LKWs und sonstige Gerätschaften. Und nachdem wir jetzt eben den Ladewagen verkauft haben, den Selbstfahrer und den hier auch. So. Den gibt es nur neu zu lackieren. Den gibt es zu reparieren. Den gibt es zu lackieren. Und verkaufen. Und verkaufen. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 610.000. Und das Schneidwerk, das müsste jetzt richtig Asche bringen. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Und dann können wir endlich ans Häckseln gehen. So. Ich denke, das müsste so passen. So. Schneidwerk. Was bringst du uns? 25 nur. Okay. Da habe ich doch ein bisschen mit mehr gerechnet. Aber der Lackzustand. Neu lackieren. 9093. Reparieren. Das heißt 25,35. Ja. 35,391. Okay. Ja. 35,391. Okay. Also ab die Post. Weg damit. So. Dich lackieren wir auch neu. Reparieren. Und ab die Post. So, Dille. Der wird repariert. Der wird repariert. Legt das Gewicht wieder vorne rum. Nein. Sehr schön. Der Fendt 720 Wario. Jetzt wieder einsatzbereit. Voll repariert. Getankt wird am Hof. Denn dort haben wir ja unsere Tankstelle. So. Der nächste Helfer ist angekommen. Sehr schön. Zielposition ist hier. Okay. Wo treibt sich denn der andere rum? Okay. Wir schalten nochmal durch. Er ist soweit einsatzbereit. Und der andere Kollege hier. Oha. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Ja. Wir machen das anders. So, Dille. Stopp. Wir werden hier jetzt von Hand fahren. Sehr schön. Und da bin ich eigentlich auch ein bisschen überlegen, ob wir hier die Spritze auch austauschen. Aber ich denke, 18 Meter Arbeitsbreite ist eigentlich auch völlig okay bei uns. Sehr schön. Dann wäre das auch erledigt. Wir fahren ihn mal kurz zur Seite. Denn je nachdem, wie wir abfahren, müssen wir hier runter. Wunderbärchenklärchen. Sehr schön. Sieht gut aus. Feld ist ready. So. Und ich fahre mal schnell hoch. Und hinten dran der Steier. Und dann zeige ich euch ganz kurz noch, was wir da oben am Hof jetzt Neues haben und wie wir das Ganze mit der Wolle machen. Denn da nehmen wir einfach den kleinen Strautmann aus diesem Logistikpaket, der uns ja die Möglichkeit gibt, auch Strohballen bzw. generell Ballen aufzunehmen. Das heißt, den werden wir dann da oben nutzen an dem Feld, wenn wir dann doch ab und zu mal Silageballen produzieren. Und wir können mit demselben Anhänger eben jetzt auch hier Wolle wegbringen und vor allen Dingen wesentlich geschmeidiger aufladen und abladen. Deswegen nehmen wir hier den Kollegen. Da müssen wir auf jeden Fall noch hier irgendwo eine Werkstatt platzieren, weil den müssen wir dann umbauen. Aber das passt schon. Und ich will hier mit diesem Wickler hier arbeiten, weil der hat da hinten diese Ablage um den, also einen Ballendreher hat der. Und das passt hier oben hervorragend. Den habe ich auch gebraucht gekauft, habe ihn noch nicht eingesetzt. Das will ich aber auf jeden Fall machen. Und das werden wir hier tun, zusammen mit der Krone. Und dann mit dem Wickler werden wir mal hier ordentlich Ballen wickeln. So. Und da müsste irgendwo noch da vorne das Gewicht liegen. Für den kleinen Fendt. Und ansonsten haben wir ja hier oben ja auch einen Ladewagen, einen kleinen. Der steht da hinten im Stall, sozusagen. Und dann werden wir hier zukünftig mit Ladewagen oder eben wickeln. So, das hängen wir mal hinten dran. Können wir gleich einen Dusch und Futter hier raus machen. Sehr schön. Okay. Den Steier, den stellen wir erstmal hier zur Seite, damit er nicht im Weg steht. Und dann bringen wir die anderen zwei Traktoren auch noch schnell auf den Hof. Und dann geht's ins Häckseln. So, damit sie eben nicht hier im Weg rumstehen. Genau. Müssen wir das Ganze hier ein kleines bisschen aufräumen. So, der hat sein Gewicht hier stehen. So, dann holen wir uns noch den Fendt. Wunderbärchen, Klärchen. So, 639.000. Ich glaube, da haben wir über... Kann das sein? 160, 170. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir schauen mal ganz kurz rein, was uns die Statistik sagt. Denn die müsste eigentlich ja auch zeigen, wie viel wir jetzt verkauft haben. So, Döle. Sehr schön. Dann schauen wir hier mal in die Statistik. So, was haben wir denn heute verkauft? Verkaufte Produkte, das ist es. Das dürfte es nicht sein. Verkaufte Fahrzeuge. 490.000. Aber da habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was anderes verkauft. Nämlich morgens, beziehungsweise bevor der Tag begonnen hat, der Monat begonnen hat, haben wir ja, glaube ich, hier einen Traktor, einen Schlepper verkauft. Und dann eben dafür auch einen neuen. Aber nichtsdestoweniger haben wir ganz schön ordentlich hier mit 490.000 doch ordentlich gearbeitet. Neue Fahrzeuge natürlich auch wieder für 369.000. Aber dann im Schnitt, beziehungsweise in der Summe 130.000 gut gemacht. 820.000. Okay. Nichtsdestoweniger. Wir sind wieder solvent. 639.000. Wir können arbeiten und wirtschaften. Und das heißt eben dann in den nächsten Monaten nochmal Geräte kaufen. Jetzt sehe ich, es wird gleich regnen. Also schnell hoch hier zu unserem Klaas Jaguar 840, den kleinen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich immer das denke. Weil der sollte jetzt hier dann auch wirklich das Ganze. Ja, also das macht er schon mal. Dann rüber zum Abfahrer, zum Johnny. Ich habe mal gedacht, wir machen jetzt nicht den Spazialanhänger mit der großen Füllmenge dran. Sondern wir werden hier unser normales, unser kleines Gespann machen. So, der Serliermitteltank ist im Jaguar gefüllt. Und so wie es aussieht, geht es los tatsächlich. Oh, Wunderbärchen. Aber das ist jetzt Gras. Naja, ist okay. Ist natürlich klar, wenn wir jetzt hier häckseln, das Ackergras, dann kriegen wir kein Heu. Dazu müssten wir es eben ganz normal mit dem Drescher ernten. Und wenn ich das richtig sehe, kommt da jetzt aber nicht allzu viel bei rum, ne? 300, 400 Liter erst. Das ist aber nicht allzu viel. Als ob sich das wirklich lohnt. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, es wird wohl doch besser sein, würden wir es ernten mit dem Drescher. So, 900.000. Naja, okay, der wird ja jetzt noch ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Bahnen machen. Dann sind es gerade mal knappe 10.000. Naja, wir werden es sehen. Ich denke, wir werden es einfach ausprobieren. So, Augenblick mal. Was haben wir denn für ein Tempo? Weil dann können wir ja mit dem Tempomat fahren. Ich denke 10, oder? So, dann machen wir schnell den Thumb. Damit man auch sieht, dass wir wieder was gearbeitet haben. Einmal. Zweimal. Dankeschön. Okay, 2.200. Es wird etwas mehr. Na, schauen wir mal. Vielleicht werden es dann doch am Schluss 15.000 bis 20.000. Aber ich glaube, es ist auch völlig okay, wenn wir das ja eben mit dem kleinen Jaguar machen. Somit hat das eine Berechtigung auf dem Hof noch. Und mit dem großen werden wir dann ordentlich natürlich Mais häckseln auf dem Feld, was wir da hinten haben. Oder das andere Feld, ich weiß es noch nicht, werden wir noch sehen. Aber nichtsdestoweniger haben wir jetzt hier ordentlich Arbeit. Und wir müssen auf jeden Fall noch unser Grasfeld oben am Berg. Das müssen wir noch düngen und zwar mit Gülle. Ihr wisst ja, wir haben jede Menge Gülle, die wir auf das Feld bringen müssen. Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und ihr seht, auf unserer wunderschönen Alpe mit einem neuen Mini-Brunnen haben wir immer jede Menge zu tun. Jetzt sind wir hier im Ackergrasheckseln. Ich sage Dankeschön und wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.